Hallo Frank. Hallo Sebastian. Und hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer X-On-Vorstellungsrunde. Frank, welchen Scheinwerfer zeigst du denn jetzt beim zweiten Mal? Heute möchten wir euch die Details der X-On-Core verraten. Heute hast du uns also einen modernen Klassiker mitgebracht. Ja, das kann man so sagen, Sebastian. Der X-On-Core bildet seit einigen Jahren schon im Hause bei uns eine ganz hervorragende goldene Mitte, was die Preis-Leistung anbietet. Wir haben in der Spitze 50 Lux bei diesem Scheinwerfer mit einer sehr anständigen Ausdauer, eine sehr hochwertige Verarbeitung, ein kleines Handling. Also die Lampe ist auch sehr, sehr gut zu greifen. Und ja, ich möchte schon sagen, dass der X-On-Core ein ganz, ganz hervorragender Scheinwerfer ist für sein Geld. Was macht er denn für eine Lichtleistung? Wir haben 50 Lux in der Spitze. Das Lichtbild des X-On-Core ist sehr, sehr schön ausgeleuchtet. Wir haben eine hervorragende Nahfeldausleuchtung, gutes Licht in der Mitte, aber auch in der Tiefe und eine sehr gute Breite. Diese 50 Lux erreicht er für ungefähr drei Stunden, wenn wir diese Stufe so geschaltet haben. Und wir haben eine Sparschaltung, die wir runterdimmen können oder auf die wir runterdimmen können. Das sind dann noch zwölf Lux. Und diese zwölf Lux hält der X-On-Core für 15 Stunden. Das war jetzt so das erste Produkt, was in einem Aluminiumgehäuse daherkam, oder? Ja, das ist richtig. Wir haben also ein komplettes Aluminiumgehäuse der Lampe, welches umspritzt ist oder angespritzt ist, wie wir sagen, mit Kunststoff, mit Weichkunststoffkomponente. Also auch hier haben wir eine sehr hohe Widerstandsfähigkeit gegen Stürze und so weiter. Und wir können die Lampe übrigens auch reparieren. Das heißt, wir sind auch hier reparabel in Teilen, wenn der Kunde mal ein Problem haben sollte. Wir können zum Beispiel das Frontglas der Lampe austauschen, sollte das tatsächlich mal wieder erwarten, einen Schaden nehmen. Es lässt sich auch der Akku tauschen, obwohl er fest verbaut ist. Das ist dann eine Sache über den Service bei uns. Ja, wir haben ein nachhaltiges Produkt dadurch, also hohe Widerstandskraft und Reparaturfähigkeit. Wie bei übrigens vielen anderen Produkten bei uns im Hause auch. Nicht nur bei der X-On-Core. Und noch eine Premiere damals war, dass das der erste Scheinwerfer war, bei dem man nicht mit Batterien oder Akkus hantieren musste. Ja, ist richtig. Wir haben, wie eben schon erwähnt, einen fest verbauten Lithium-Ionen-Akku. Die Zeit davor war eher geprägt davon, dass Akkuleuchten wechselbare Batterien oder Akkus hatten. Meistens dann auf Nickel-Metall-Dritt-Basis, die Akkus. Und dass man fest verbaute Akkus genommen hat für diese Art von Beleuchtung, kam erst vor ein paar Jahren auf den Markt. Der Akku wird übrigens geladen über einen Micro-USB-Anschluss, der sich hinter einer Klappe an der Rückseite der Lampe befindet. Und hier sieht man hier den USB-Port. Das handelt sich um einen Micro-USB-Port. Und wir haben auch, um die Lampe zu laden, das passende Netzteil im Set mit dabei. Und auch natürlich einen passenden USB-Stecker, der das Ganze ermöglicht. Was zeigt er einem denn alles so an mit dieser Anzeige-LED unter seinem Taster? Ja, wir haben hier im Schalter oder im Taster LEDs verbaut. Wenn wir hier die Lampe erstmal lange drücken, schalten wir sie an und schalten wir sie aus. Jetzt ist sie aus. Jetzt ist sie auch wieder an. Und dann sehen wir hier eine LED-Blinken, und zwar in dem Fall eine blaue LED. Und jedes einzelne Blinken dieser LED heißt, ich habe noch 20% Akkukapazität. Und wenn ich nochmal kurz drücke, wechsle ich jetzt in den Low-Power-Modus, vom High-Power-Modus wechsle ich in den Low-Power-Modus. Dann zeigt mir die Lampe, dass dann nicht blau blinken an, sondern rot blinken, wenn ich im Low-Power-Modus bin. Aber auch hier gilt, jedes einzelne Blinken sind 20%. Hier, fünf. Fünfmal hat er geblinkt, jetzt habe ich wieder hochgeschaltet auf High-Power. Und jetzt habe ich also 100% des Akkus hier zur Verfügung. Die Lampe ist also voll geladen. Dieses Blinken, dieses Intervall macht er dreimal. Also dreimal blinkt er, wie viel Kapazität er noch hat. Und dann schaltet er die LED ein bisschen dunkler, damit das weniger stört, den Fahrradfahrer bei der Nacht oder beim Fahren. Und nach zwei Minuten wiederholt er dieses Intervall wieder. Also nach zwei Minuten zeigt er dem Fahrradfahrer wieder an, du pass auf, ich habe noch so und so viel Kapazität in meinem Akku. Wie kommt der X-Horn-Core denn jetzt ans Rad, Frank? Ja, wir haben einen Halter für die Lenkstange mit dabei. Wir öffnen die Schraube, öffnen den Halter. Das Unterleggummi wird an den Lenker befestigt als erstes. Dann umschließen wir das Unterleggummi mit dem Halter, drehen wieder fest. Und jetzt kommt die Lampe. Die schieben wir von der Seite mit einem Klick auf diesen Halter drauf. Und auf der anderen Seite des Halters ist der Auslöseriegel. Hier müssen wir draufdrücken. Und dann können wir die Lampe, wenn wir da draufdrücken, können wir die Lampe entnehmen zur anderen Seite und auch wieder natürlich andersrum auch wieder schließen. Der Halter ist auch geeignet für unterschiedlichste Durchmesser. Wir haben ja hier wieder unser Prinzip mit der Schraube, wo wir die Schraube entnehmen können zusammen mit dem Verschlussknopf. Dann können wir auch hier wieder die Schraube rausdrücken aus dem Verschlussknopf, drehen den Verschlussknopf, schieben die Schraube wieder rein, haben dadurch wieder mehr Gewindelänge, können so auch wieder andere Durchmesser von Lenkstangen bedienen von Lenkern. Und dann, wenn wir das gemacht haben, können wir das natürlich dann wieder hier reinschrauben und dann entsprechend schließen. Wir können insgesamt Durchmesser klemmen von 22 Millimeter bis zu 35 Millimeter. Die letztgenannten 35 Millimeter wieder mit unserer langen, sehr langen Schraube, die wir auf Serviceanfrage gerne versenden können. Serviceanfragen auch für solche Dinge, zu solchen Sonderartikeln, bitte über service-at-boom.de Boom mit Doppel-M bitte. Dann erzähl mir doch mal bitte ein bisschen was über den Einsatzbereich des X-On-Core. Der X-On-Core ist natürlich für jedes Alltagsrad sehr, sehr gut zu gebrauchen, für den täglich zur Arbeit Pendler natürlich und seinem Trekkingrad. Akkubeleuchtung ist ja als legale Beleuchtung schon seit geraumer Zeit auch erlaubt, an allen juristischen Fahrrädern, an allen Fahrrädern. Und wir können die natürlich auch sehr, sehr gut einsetzen im Sportbereich, also auch auf der Straße, an einem Rennrad, ist das eine sehr, sehr gute Lampe. Und wir können ihn natürlich auch einsetzen, das ist vielleicht noch eine ganz wichtige Sache, an Pedelecs zum Beispiel, als Beleuchtung, als Alternativ- oder Zusatzbeleuchtung. Wir können nämlich über den USB-Anschluss des X-On-Core, wenn wir den verbinden mit dem Ausgang, mit dem zum Beispiel USB-Ausgang eines E-Bikes, zum Beispiel an einer Schnittstelle, dann können wir über diesen Ausgang des Pedelecs die Lampe auch während der Fahrt mit Strom versorgen und auch entsprechend länger leuchten lassen. Das heißt, der Akku wird geladen und auch versorgt, aber wir können die Lampe auch gleichzeitig leuchten lassen, auch am Pedelec. Also durchaus eine interessante Überlegung, das am Pedelec einzusetzen. Ja, danke für die Vorstellung, Frank. Was kostet mich denn der X-On-Core? Wo kann ich ihn kaufen und was gibt es für unterschiedliche Möglichkeiten, ihn sich zu holen? X-On-Core kostet 69,90 Euro im Moment in Deutschland und verbindliche Preisempfehlung. Das ist der Preis für das Standard-Set mit allen Befestigungen, die wir da brauchen, mit dem Ladezubehör und bekommen tut man ihn im gut sortierten Fahrradfachhandel in Deutschland oder auch bei entsprechend einschlägigen Online-Shops oder Versendern natürlich. Es gibt auch noch die Alternative, den X-On-Core zu bekommen im Set mit einem Rücklicht, mit dem Rücklicht XI. Das ist die Verpackung von diesem Set, was wir hier sehen. und das hier wäre das Rücklicht XI, was dann mit dabei wäre. Und dieses Set würde kosten 82,90 Euro UVP. Frank, dann danke ich dir für die Produktvorstellung. Ich danke aber auch euch, Zuschauerinnen und Zuschauern, dafür, dass ihr euch für das Video interessiert habt. Und wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch einen Daumen nach oben da und abonniert auch gerne unseren YouTube-Kanal und sagt es auch allen euren Freundinnen und Freunden, dass der Frank euch hier immer die tollsten Sachen vorstellt. Danke dir. Ja, Sebastian, auch vielen Dank von meiner Seite aus. Bleibt gesund. Viel Spaß beim Fahrradfahren. Danke. 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 Danke.